1.800 eine woche lang geköchelt was ist von der energie verschwendung ich nehme den mal kombi menü effekt sind drei sachen okay also ich habe das ding genommen ich würde das noch nehmen und Kartoffelecken obwohl Kartoffelecken vorreißen Pastastangen mal 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 oder ich muss wahrscheinlich bei dem erst mal die empfehlung bestellen und das war dann hier irgendwie was freischalten das kann natürlich auch noch sein dass wir das gar nicht mehr gar nicht so großartig durch kombinieren rauskriegen sondern einfach erst mal die empfehlung und dann ha 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 Wir sind noch mehr von den Idioten. Und dort vermissen schon wieder welche. Okay. Ja. Das ist gut. Cool. Ich bin der Stats gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist wahrscheinlich bloß so ein Spruch von dem gewesen. Oh nee. Macht er erstmal Stretching. Werte auffüllen kostet ja nichts. Ja gut. Nafti. Hey. Und dort vorne sind schon wieder Bastarde. Was ist da denn? Wieso ist das jetzt in die Richtung? Oh mein Gott. Irgendwo nest. Wieso ist das? Ja. 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 Was hat meine Frisur mit Yokohama zu tun? Ja. 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 Ich r Protestant Kompetenz. Ja. Ach schade. Ich wollte an die Hinteren erst einmal rein gehen. Oh, du bist hier. Morgen, Frau. Hey, komm! Wir sind ein paar Stunden. Hey, sag alle da oben zu gehen. Welche Zeit ist es? Lass mich ein bisschen mehr schlafen, Hamako-san. Ich habe den Ort gezogen. Ich brauche alle raus bis heute Abend. Wie viele Kunden hast du gestern? Ich weiß nicht, mindestens fünf. Wo warst du? Ich bin entschuldig. Ein kleiner Restaurant. Ich bin entschuldig. Sie haben einen sehr bestimmten Appetit. Verdammt, es ist zu verdammt, dass ich diese Sache schlafen habe. Hey, Ichiban. Kannst du mit diesen Fisch? Du machst es. Es ist dein Job. Ich bin aus der Kiste. Ich bin aus dem Gehirn. Ich habe ein wenig Unterricht. Ich würde mich nicht verletzen, was ich nicht schlafen habe. Ich würde mich nicht verletzen, was ich nicht verletzen. Ich würde mich nicht verletzen, warum ich nicht verletzen will. Untertitelung des ZDF für funk, 2017